Werner Krock von Krumbiegel ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben und Werk Nach seiner Ausbildung zum Schauspieler war Krumbiegel in Düsseldorf Mitbegründer einer Filmproduktionsfirma. 1998 siedelte er nach München, wo er eine Schulung zum Synchronsprecher bei der Film- und Fernseh-Synchron GmbH absolvierte. Seine erste Hauptrolle bekam Krumbiegel in der Serie Chips und spielte hierbei zusammen mit Jan Utle. Krumbiegel verfasste Dialogbücher zu einigen reich und schön Folgen und zu einigen asiatischen Kampffilmen. Filmrollen Der Videopirat Aktenzeichen Y ungelöst Synchronrollen Conor Trinair Kevin Bacon Patrick Dempsey Shishi Kurup Rufush Zabranigan Amidama Ruh MR 1 Dr. Hockbeck Dr. Fustaon Abraham Lincoln George Newban Bair Baron Lift Ray Dark und Seymour Hillmann Was ist was? Bonn Rufush Rufush Dramatische